Hallo und Grüezi miteinander, mein Name ist Boris Baldinger und heute nehme ich dich mit an einem Produktionstag bei der Schweizerischen Post am Hauptsitz in Bern. Ihr seht das, da hinten habe ich mir schon ein Set aufgebaut für die Porträts, die ich heute Nachmittag machen darf. Und zwar werden da für die Connecta Bern Videointerviews durchgeführt und jedem Interviewpartner wird ein Porträtshooting geschenkt. Und hey, die Porträts darf ich machen. Und wie das Ganze aussieht, das zeige ich euch in diesem Video. All right, wie bei jedem Projekt gilt es am Anfang immer das erste Mal, ein Set zu bereiten. Das heisst, alles aufstellen, auspacken, aufstellen und dann dann so bereit machen, dass wenn dann der erste Gast kommt, dass das Porträt eigentlich gerade gemacht werden kann, ohne dass man jetzt da gross noch etwas herumschirmeln muss und der Gast, respektiv der, der porträtiert wird, muss warten. Man muss auch immer ein bisschen rauf schauen, dass man sein Zeug nachher wieder findet. Und wie ihr seht, da ist doch noch einiges an Vorbereitung. Das braucht etwa 20 Minuten, bis man parat ist, bis alles so eingerichtet ist. Es ist nicht immer ganz einfach, auch wenn man da den Hintergrund muss raufnehmen, wenn man allein ist, aber in der Regel funktioniert das. Also da klebt man am Schluss noch die Positionen ab, damit man dann von links und rechts belichten kann und am Ende hat man ein schönes Set. Nachher habe ich mich vorbereitet, indem ich auch das ganze Setting mache. Ich habe jetzt hier meinen ersten Gast, nehme den Deckel weg und habe das Ganze eingeleuchtet. Ich habe das vor Ort dann getestet gehabt. Es ist extrem wichtig, dass man auch schaut, dass die Kleidung gut sitzt, dass man alles parat macht, dass man gute Anweisungen gibt dem Gegenüber, wo jetzt gerade porträtiert wird. Und ja, da geht es schon weiter. Und zwar gibt es auch Zoom-Interviews, das heisst Interviews, die nicht direkt vor Ort durchgeführt werden, sondern via Computer. Da sehen wir die Eileen, die ist da schon mit dem ersten Gast unterwegs. Da habe ich extrem leislig müssen sein und bin natürlich wahnsinnig froh um den Silent Mode von der Sony Alpha 1, damit ich sie da nicht gross störe. Ich bin dann da auf die Zechenspitze herumgeschlichen und habe versucht, verschiedene Winkel zu finden und ein paar schöne Momente einzufangen, wo die Eileen da am Interview ist. Natürlich gibt es immer wieder mal einen Linsenwechsel, damit man ein bisschen verschiedene Winkel sieht, dass man mal ein bisschen näher dran ist, mal ein bisschen weiter weg. Und so kann ich dann mit einem Behind-the-Scenes sehr viel zeigen. Nachdem haben wir uns dann vorbereitet und sind zu den ersten Live-Gästen gekommen. Da hat man auch, ihr seht hier, das Team von Film-Event hat alles schon vorbereitet und eingeleuchtet. Und dann ist der Stefan Regli gekommen von der Post und hat das erste Interview geführt mit der Eileen, respektive Eileen mit dem Stefan. Es ist auch immer wichtig, dass man sich zwischendurch nicht nur auf das Hauptsobjekt konzentrieren, sondern die Augen ein bisschen links und rechts hat, dass man die spannenden Momente festhalten kann für ein Behind-the-Scenes. Ich denke, das kommt mit der Erfahrung, dass man so etwas sieht. Auch mal neue Perspektiven suchen, schauen, ob man noch immer zwischendurch fotografieren kann. Schönen Vordergrund finden, wo das Ganze ein bisschen framet. Und ihr seht, ich bin immer ein bisschen auf dem Weg, probiere neue Winkel zu finden. Und am Schluss gibt es dann noch ein Gruppenfotos, einerseits das zweite und dann mit dem ganzen Film-Event-Team. Das ist immer schön, wenn man das dokumentieren kann. Beim zweiten Gast, Thomas Zuberbühler von Zubi-Schuhe, gibt es natürlich auch Vorbereitungen. Der Gast wird abgebudert, dann gibt es ein Vorgespräch, der ganze Ton wird nochmal getestet. Und natürlich auch macht Film-Event noch ein Behind-the-Scenes, aber das ist für mich immer ein dankbares Subjekt. Auch da gesendet, probiere ich mal, abseits der Hauptbühne ein paar Bilder zu machen, sodass die Varietät extrem gross wird. Und da sind wir immer noch im Vorgespräch, die Leute interagieren und das gibt einen unheimlich guten Eindruck von dem, was da hinter der Szene, hinter dem, was man sonst normalerweise kennt, passiert. Ich probiere das Ganze auch noch auf Social Media festzuhalten und ein paar Instagram-Stories zu machen. Und zum Schluss gibt es noch ein paar Bilder vom Team. Ja, das wäre es soweit. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal mit dabei seid, wenn ich euch wieder ein Video präsentieren kann von Behind-the-Scenes. Ciao zusammen. Bis zum nächsten Mal.